Herzlich willkommen zusammen zu einer Map-Vorstellung für den LS22, und zwar der kolbsten Form. Ihr hört schon, die Vögel zwitschern. Und es sieht so auf den ersten Blick auch schon richtig, richtig gut aus. Das ist die erste Map, die ich vorstelle. Legt einfach daran, dass ich nur Maps vorstelle, die gewissen Kriterien erfüllen, gewissen gehobenen Standard haben. Diese Map hier ist eine Nachbildung eines echten Hofes in England, in Clodchestershire. Wir sehen es schon mal hier, wenn wir hier drauf schauen, dass hier aus Google Maps die Karte genommen wurde, und damit das Gelände nachgebildet wurde und auch hier die Übersichtskarte daraus gestaltet wurde. Wir sehen hier Originalbilder von der Hoffläche. Wir können da richtig schön heranzoomen, sehen hier, wo was steht. Die Felder wurden dann nachträglich eingezeichnet. Wir haben hier dann verschiedene Höfe und Weiten stehen. Wenn wir mal einen großen Überblick nehmen, gibt es dann hier an verschiedenen Stellen irgendwelche Verkaufspunkte, die wir uns gleich noch näher anschauen können. Und so, komplett Überblick, einfach eine richtig, richtig hübsche Map, würde ich sagen. Auch schön geschwungene Felder, nichts schön gerade, alles schön in die Landschaft eingepasst. Wir haben auch hier diese Fläche, wo hier eine Annahme ist. Wir haben hier diese Fläche und diese Fläche, die, und hier unten ist auch noch ein Stückchen, die nicht als Feld gekennzeichnet sind, und die können wir nutzen, um dort einen weiteren Hof zu bauen, wenn wir zum Beispiel das Ganze in Multiplayer spielen. Und auch hier, wie es früher war, mitten auf dem Acker, da steht noch ein Baum, der wurde einfach stehen gelassen. Schauen wir mal gleich mal, ob das wirklich so ist. Hier hat es Hintergrund. Aha, die Karte liegt irgendwo auf dem Tisch. Cool. Ja, insgesamt haben wir auf der Karte hier 36 Felder. Hier ist die 35, 34. Das ist ein bisschen durcheinander. Es steht zumindest drin, dass es 36 sein soll. Ich habe jetzt ein Dach, da ist die 36. Was ist denn das? Das ist ein Stückchen Wald, oder ist es einfach ein Allgemeines, die Straßen und so weiter? Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze an. Wir sehen hier schon, das sind selbstgemachte Gebäude, also nicht irgendwelche von den schon bestehenden Giants Maps kopiert. Und auch sehr hübsch gestaltet, muss ich doch sagen. Da hat man sich echt Mühe gegeben. Was war denn hier? Ach, Fressnapf können wir füllen. Voll, so. Und schon kommt da auch her, der Hund. Guten Appetit dir. Ja, auf Details wurde geachtet, wie hier solche kleinen Bädchen mit Blumenkohl, der durch das Parallax Occlusion Mapping natürlich auch richtig erhaben aussieht. Daneben dran ist noch ein Spaten mit mischt, ein schönes Gartenhäuschen, hier so eine Gartensitzgelegenheit. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen von oben an. Man sieht schon so, so richtig schöne alte Steinhäuser, wie man es aus England kennt. Und auch hier hinten, das muss ich euch direkt mal zeigen als allererstes, das finde ich ein richtiges Highlight. Der Kuhstall, der wurde einfach mal komplett selbst gemacht. Schaut's euch an. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Standardgebäude, sondern der wurde selbst designt. Hier mit Milkroboter, Milkrobot C2. Da stehen ein bisschen so Dekozeugs rum. Hier zwei große Milchtanks. Dann haben die Kühe auch hier eine richtig schöne große Weide als Auslauf. Nicht nur so eine Standardfläche, so eine kleine, sondern eine richtig schöne, große, selbst eingezäunte Weide. Wir haben dann ein Silo und hier eine Güllegrube. Wenn wir da hinten über die Bäume drüber schauen, da sind die Nachbarhäuser, die haben auch schöne eigene Beete. Und da hinten geht es dann weiter mit anderen Weiden. Ich weiß nicht, welche Weide das jetzt genau ist. Wir können hier auf alle Fälle Tiere kaufen. Wir können hier hinten die Tiere füttern. Da ist ja Weidetruck quasi. Mal den Wasser bringen und Futter. Als Zaun ist hier jetzt so, ja, wie man es von früher kennt, vor allem aus England halt. Da haben die halt auch einfach mal Steinmauern gezogen, um die Grundstücksgrenzen zu kennzeichnen. Und danach ist dann hier ein ganz normales Feld. Was auch ein richtiges Highlight ist, ihr seht es hier vorne schon, wir haben hier einen Pferdestall und nebendran haben wir eine richtige Pferdekoppel, wo wir dann quasi auch, ja, Turnierpferde trainieren können, so gesehen. Wir haben hier verschiedene Hindernisse, die auch qualitativ richtig, richtig gut aussehen. Gibt es hier so viele Vögel im Wald? Das sind ganz schön viele. Hier nebenan, jetzt hänge ich irgendwo um, so. Das ist wieder eine Weide. Und zwar wird die Weide hier sein für... Für Schafe oder so. Kann das sein? Sehen wir das hier? Ne, für Schweine. Okay. Und die haben dann so schöne kleine Iglus, wo die sich drin aufhalten können. Das ist richtig, richtig gut gemacht, dass man an sowas auch denkt. So generell, die Straßen hier können wir uns mal anschauen. Die sehen auch richtig, richtig gut aus. Wir haben ja noch so alte, ja, Leitungen, Stromleitungen, wie man es vom Land noch kennt. Genau hier so ein schöner Weg. Auch hier die Felder nicht irgendwie schön gerade, sondern auch mal so eine Kante drin. Wenn das sein muss für den Weg, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, insgesamt wurden über 50 neue, hochauflösende Modelle erstellt für diese Map hier. Wie gesagt, es gibt schon viele Produktionen, die können wir uns gleich noch anschauen und Verkaufsstellen. Es gibt auch je nach Jahreszeit unterschiedliche Animationen, wie das dann mal mehr draußen steht, Wäscheleine, im Herbst fallenden Bäume, äh, Blätter von den Bäumen, nicht Bäume von den Blättern. Hier auch schöne englische Schilder. Wir haben britische Kennzeichen. Können wir uns gleich noch anschauen, wenn wir das erste Fahrzeug sehen. Hier der Hof, der ist auch nicht irgendwie komplett aufgeräumt, sondern wir haben hier auch natürlich ein bisschen Müll rumliegen, wie es auf den meisten Höfen so ist. Es wurden sogar die Sammlerstücke hier auf der Karte verteilt. Im Winter gibt es Schneemänner und Eiszapfen. Können gegen Ende ja nochmal vorspulen, bis Winter ist. Dann können wir uns das Ganze selber mal anschauen. Ja, hier steht noch ein bisschen was, aber da hat halt einfach der Vorgänger ein bisschen schlecht getroschen, würde ich sagen. Hier liegt noch so ein alter Container rum. Auch hier in so ein bisschen verwilderte Gegend, wie man es kennt. Wenn man da lang nicht gearbeitet hat, teilweise da Büsche und Sträucher wachsen. Ja, wenn ihm das nicht gefällt, der kann auch gerne hier das Feld noch ein bisschen erweitern oder kann die Fläche dann nutzen, um dort irgendwas hinzubauen. Ich finde es einfach herrlich. Wie wenn man so einen so einen alten Hof erbt und den dann übernimmt. Können wir da vorne noch schauen kurz. Ah ne, das ist ja eh unser Stall. Haben wir quasi das Ganze hier angeschaut. Besuchen wir mal die eine Abladestelle hier. Hier können wir Sachen verkaufen. Auch die ganzen Gebäude hier sind alle neu und wie ich finde, doch richtig, richtig toll gemacht. Jetzt alte Container, wo Leute, die keinen Keller haben, wahrscheinlich Sachen lagern können oder Ähnliches. Was haben wir denn hier? So eine Deponie. Können hier verschiedene Sachen abgeben. Also das ist nur Deko. Wir können es nicht wirklich tun. Hier ist sogar eine Straße gesperrt. So. Können jetzt mal hier rausfliegen. Da geht es ja Richtung Map Ende. Und ihr merkt, die Map ist hier zu Ende. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier noch ein Stückchen hin bis zu den Bäumen. Und dann geht es aber auch nicht mehr weiter. Genau, hier ist Ende. So, gehen wir mal hoch. Und so sieht dann halt das außerhalb aus. Aber das ist ja von Giants genauso. So. Hier können wir schön Sachen verkaufen. Und genau, wie gesagt, da vorne die Wiese hier entweder zu Acker machen oder wir erweitern das hier um irgendwelche Gebäude noch zusätzlich. Hier hat er auch schöne Steine reingelegt. Der Modell ist übrigens Oxygen David. Das ist wirklich gut gemacht. Grüße gehen raus hier an der Stelle. Können hier nochmal reinschauen. Vom Land her. Was wir hier alles kaufen können. Richtig, richtig gut. Wir waren ja jetzt gerade hier. Genau. Genau. Und ich habe dann da rausgeschaut. Wir können, nee, das sehen wir hier nicht. Da hinten, da gibt es eine Kalkstation. Können die mal besuchen, wie die so ausschaut. Oder hat es auch Gewächshäuser. Und hier einen schönen Biergarten mit Eisdiele und Maskenpflicht. Ganz, ganz wichtig. Oh, das sind richtig hübsche Gewächshäuser. Da wachsen herrliche Tomaten dran. Da kann man einen Kalk abholen. Richtig, richtig gut. Gehen wir mal weiter. Nach hier unten. Das ist so der, der Viehhandel. Kann man dann unsere Tiere abgeben. Also richtig, richtig viel Mühe hat man sich hier gegeben. Ich komme über das Staunen gar nicht mehr hinaus. Aber was haben wir denn? Da haben wir noch was. So ein Gemischtwarenladen. Können wir auch unsere Sache verkaufen. An verschiedenen Träckern. Alles schön separiert hier mit Einfahrt. Und da hinten dann wieder eine schöne Ausfahrt. Das letzte, was es zu sehen gibt, ist das hier unten. Oh. Schöne Steine. Die sind aber cool aufgeschichtet. Oder noch mehr. Hier ist der Gesteinsbrecher. Hier können wir auch Sachen verkaufen. Und hier ist eine Biogasanlage. Genau. Die ist hier getrennt von. Die können wir betreiben. Und wir könnten theoretisch den zweiten Hof hier auf der Brachfläche aufbauen. Ich finde die ist auch richtig schön designt. So. Ja. England ist ja ganz nah am Meer. so von oben von weiter weg sieht es so ein bisschen aus wie so ja etwas zu feuchtes Land, was man schlecht bewirtschaften kann. Aber wenn man genauer hinschaut, sind da einfach richtig viele Steine einfach drin. Aber mir gefällt einfach die Details, die Liebe, die hier reingesteckt wurde. Ist richtig, richtig nice. wenn ihr Interesse an der Map habt, schaut bei mir in die Videobeschreibung. Da ist die Map drin. Da könnt ihr euch die Runde laden. Oh, Lizard Real Estate. Da kann man quasi die 11,3 Acres hier kaufen von denen. Richtig gut. Ich würde es einfach sagen, wir schauen uns mal so ein bisschen die Timelapse an und gucken dann, wie sich so über zwei, drei Jahreszeiten die ganze Umgebung so verändert, wenn es auch Schneemänner geben soll. Blätter, die von Bäumen runterfallen. Bin ich gespannt. Ich würde vielleicht sagen, wir gehen direkt mal an unseren eigenen Hof wieder hier zum Haus. Das sollten wir theoretisch. Oh, hier auch. Richtig schöne Blumen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Auch die Büsche verändern sich. Die haben ja, wir haben es von oben gesehen, so eine Form. So ein Stangengestell, um Bohnen anzubauen. Herrlich, herrlich. Gut, fallende Blätter habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht meint er einfach nur damit die kahlen Bäume. Oder es ist durch das schnelle Vorspulen nicht möglich. Schauen wir mal. Ich würde mal ein bisschen langsamer Spulen nicht, dass es schneit und wir das dann verpassen. Eiszapfen, Schneemänner und vieles mehr. Sinn, ich würde mich schon interessieren, wie die Eiszapfen ausschauen. Und ich würde es euch gerne auch zeigen. Was sagt denn der Wetterbericht so? Der sagt, oh, heute Abend 17 Uhr. Bisschen Schnee. Jetzt schneit's. Wird auch schon wieder dunkel. Einfach nur herrlich. Die ganze Atmosphäre hier. Gut, ich kann jetzt leider keine Eiszapfen entdecken. Ich weiß nicht, wann die genau auftauchen und wo die auftauchen. Vielleicht gibt's dafür einfach nur spezielle Orte, wo die auftauchen. Da würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen, erkundet das Ganze selber und ja, habt viel Spaß mit der Map. Ich weiß nicht, ob der Modder eventuell unter diesem Video in die Kommentare mitliest. Er scheint mir nicht aus Deutschland zu sein. Ich weiß es aber nicht sicher. Die Website ist auf alle Fälle englisch, wo der Mod drauf ist. Falls er mitliest, dann könnt ihr euch auch hiermit bei ihm bedanken. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Viel Spaß damit. Macht's gut, bis nächstes Mal. Euer Ältes. Ciao, ciao. Ej стр V